Warum mehrere Monitore kaufen, wenn man einen richtig breiten Bildschirm haben kann? Die Frage stellt man sich garantiert, nachdem man den 1,20 Meter breiten Samsung C49HG90 hautnah erlebt hat. Wie sich dieser Bildschirm beim Zocken und im Alltag schlägt, das verrate ich euch in diesem Video. Wenn der riesige Samsung-Monitor mal auf dem Schreibtisch steht, dann fällt er im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Rahmen. Denn der Monitor hat eine 49 Zoll Diagonale und eine krasse Breite von 1,20 Meter. Gebt euch das mal. Das ist ein Bildverhältnis von 32 zu 9. Außerdem geht er wegen seines Curve-Designs satte 40 Zentimeter in die Tiefe. Und das setzt voraus, dass ihr eine Menge Platz auf dem Schreibtisch habt. Die Auflösung beträgt 3840 Pixel in der Breite und 1080 in der Höhe. Was ungefähr zwei nebeneinandergestellten normalen 16 zu 9 Monitoren mit Full-HD-Auflösung entspricht. Jetzt wird es noch etwas technischer. Samsung verbaut ein VA-Panel, was auf deren hauseigener QLED-Technik basiert und im Vergleich zu den weitverbreiteten LED-Bildschirmen eine deutlich bessere Bildqualität bieten soll. Außerdem beherrscht der Bildschirmflotte 144 Hz. Für ein allzeit flüssiges Bild ohne Tierring und Druckler soll dann auch noch die FreeSync-Technik sorgen, die ihr aktuell nur mit AMD-Grafikkarten nutzen könnt. Außerdem unterstützt der Screen auch die Wiedergabe in HDR, also High Dynamic Range, der Inhalte mit einem höheren Kontrast und gesteigenden Dynamikumfang besser aussehen lassen soll. Jetzt noch zur restlichen Ausstattung des Monitors. An der Unterseite befinden sich zweimal HDMI, zweimal DisplayPort und zwei 3,5 mm Klinkenanschlüsse. FreeSync funktioniert aber nur, wenn ihr den Monitor über DisplayPort an den PC anschließt. Und erwähnenswert finde ich, dass auch alle nötigen Anschlusskabel mit im Lieferumfang dabei sind. Das ist heutzutage echt eine Seltenheit. Kommen wir als nächstes zur Handhabung. Der Samsung Monitor lässt sich in der Höhe verstellen, neigen und auch drehen, was eine optimale Einrichtung zulässt. Die stabilen Standfüße sorgen außerdem dafür, dass der Monitor jederzeit sicher steht, was bei der riesigen Breite definitiv auch nötig ist. Mit an Bord ist auch ein recht übersichtliches Onscreen-Menü, das auch verschiedene Profile und Bildeinstellungen für Gamer bietet, um beispielsweise Input-Lag zu reduzieren oder um die Bild-Wideoholfrequenz einzustellen. Jetzt aber zu dem Teil, der euch wohl am meisten interessieren wird. Wie schaut es aus, wenn man auf so einem Monster-Monitor zockt? Ich verrate es euch, es schaut ziemlich geil aus. Denn die extreme Breite und das Curved-Design des Samsung-Screens lassen einen wirklich tiefer ins Spiel eintauchen. Außerdem gibt es nicht das Problem mit aufeinandertreffenden Bildschirm-Rahmen, wenn ihr zwei Monitore parallel benutzt. Und wie gut das funktioniert, das zeige ich euch hier. Und zwar zock ich hier Far Cry 5 auf einer AMD Radeon RX Vega 64 in maximalen Details. Das Spiel ist nativ, also ohne weitere Anpassungen in irgendwelchen Konfigurationsdateien auf Ultra-Widescreen-Gaming ausgelegt. Ihr müsst in den Optionen also nur das richtige Bildverhältnis einstellen. Und was soll ich sagen, schaut das nicht fett aus? Doch auch die Wiedergabe jetzt in 144 Hertz und die Freezing-Technik dazu, die steuern natürlich einen großen Teil bei. Denn das Bild ist extrem flüssig und wird ohne Tearing oder Ruckler dargestellt. In Sachen Bildqualität, ja, da kann ich auch kaum meckern. Die Farben wirken ziemlich natürlich und man merkt, dass der Monitor eine recht hohe Helligkeit von 352 Candela pro Quadratmeter hat und einen starken Kontrast von 3304 zu 1 bietet. Allerdings muss ich zugeben, dass das Bild leicht verpixelt wirkt, denn im Prinzip ist es ja nur Full HD, aber eben nur zweimal nebeneinander auf nur einer Bildfläche. Und auch bei der Blickwinkelstabilität, die ist leider nicht die beste, was aber eigentlich gar nicht so schlimm ist, da man sowieso immer nur mittig zum Screen sitzen wird, was bei einem Curve-Design sowieso immer zu empfehlen ist. Dafür wiederum ist die Farbwiedergabe sehr gut. Der Monitor deckt den sRGB-Farbraum komplett ab und den Adobe RGB-Farbraum immerhin noch zu 89%. Doch nicht nur das Seitenverhältnis muss vom Spiel unterstützt werden. Idealerweise werden auch die Elemente des Huts, also beispielsweise der Munitionsstand, Minimap und andere wichtigen Anzeigen, auch in eurem direkten Sichtfeld angezeigt. Ansonsten müsst ihr nämlich die ganze Zeit den Kopf drehen, um eben diese Anzeigen zu kontrollieren, was natürlich nicht gerade ideal für euren Nacken ist. Doch auch das Sichtfeld, also die Field of View, was oft mit FOV abgekürzt wird, die muss sich entsprechend anpassen oder zumindest verändern lassen. Wenn ihr die Gradzahl verändert, bekommt ihr auch mehr von der aktuellen Spielszene mit, was bei so einem breiten Monitor natürlich ideal ist. Doch nur relativ wenige Spiele beherrschen genau diese Dinge, also die wirklich ideale Ultra-Widescreen-Darstellung. Wie das dann ausschaut, das seht ihr hier in Witcher 3. Da sind die Elemente nicht ganz am äußeren Rand, wie bei der 16 zu 9 Darstellung und es ist wirklich darauf zugeschnitten, dass ihr euch auf die Mitte des Screens konzentrieren könnt. Dann gibt es natürlich auch noch eine Menge Spiele, die die Wiedergabe im Ultra-Widescreen-Format überhaupt nicht oder nur über Umwege unterstützen. Dabei wird dann das Bild zum Beispiel hässlich verzerrt oder bestimmte Elemente werden zu nah herangesoomt und somit abgeschnitten. Wie das aussieht, das sieht ihr gerade in den beiden Spielen Doom oder in Players Unknown Battlegrounds. Das ist natürlich alles andere als spielbar. Alternativ könnt ihr diese Games aber auch einfach im Fenster darstellen lassen und eine 16 zu 9 Darstellung wählen und das Fenster dann in die Mitte des Bildschirms ziehen. Dann könnt ihr parallel auch noch andere Fenster links und rechts geöffnet haben, die beispielsweise eure, keine Ahnung, sozialen Kanäle oder die Streaming-Software beinhalten, damit ihr ja auch ja nichts verpasst. Mehr schrecklich sonst. Ihr könnt sogar zwei Geräte gleichzeitig an den Monitor anschließen. Ich weiß zwar nicht genau, warum man das machen sollte, aber vielleicht will man ja auf einem Rechner zocken und hat auf einem zweiten noch irgendwelche ultra wichtigen Programme geöffnet. Es funktioniert auf jeden Fall. Doch abseits vom Zocken könnt ihr damit auch sehr produktiv arbeiten tatsächlich. Es lassen sich locker vier verschiedene Fenster nebeneinander parallel öffnen, ohne dass dabei Inhalte komisch verzerrt oder abgeschnitten werden. Ideal natürlich für jemanden, der etwas recherchieren muss und das in einen anständigen Text tippen muss. Da wird eure Multitasking-Fähigkeit richtig gefordert. Ja und was zieht das Ding denn eigentlich dann an Strom? Wir messen hier maximal 70 Watt, was tatsächlich für einen Monitor ein recht durchschnittlicher Wert ist. Ein Stromfresser ist dieser Samsung-Screen trotz seiner Breite also definitiv nicht. Im Standby-Modus sinkt der Stromverbrauch dann auch noch auf niedrige 0,7 Watt. Jetzt wird's auch schon wieder Zeit fürs Fazit. Der Samsung 1049HG90 ist ein wirklich ungewöhnlicher Gaming-Monitor mit einem ultrabreiten Bildschirm im 32 zu 9 Format. Darauf abgestimmte Games sehen extrem gut aus und lassen den Spieler richtig in diese virtuelle Welt eintauchen. Unterstützt das Spiel die Wiedergabe im Ultra-Widescreen-Format allerdings nicht, dann macht der Monitor natürlich eher weniger Sinn. Die Bildqualität an sich liegt auf einem richtig guten Niveau und auch bei den verbauten Schnittstellen ist alles da, was man braucht. Samsung verlangt für all das aber eine Menge Kohle. Im Preisvergleich gibt es den Monitor nämlich erst ab 1000 Euro. Das ist meiner Meinung nach zu teuer, vor allem im Hinblick auf die geringe Auflösung. Aber andererseits ist es auch schon ziemlich nice anzusehen, so ohne störende Rahmen zu zocken. Und mal ehrlich, es sieht schon verdammt cool aus, wenn man so ein Teil auf dem Schreibtisch stehen hat. Aber wem das zu teuer ist, der kauft sich natürlich lieber zwei Full-HD-Monitore und spart ordentlich Geld, muss dann aber mit den Rahmen leben. Ja, was haltet ihr von diesem ultrabreiten Samsung-Monitor? Zu teuer für das, was er bietet? Oder genau das Richtige für euch? Schreibt's mir runter in die Kommentare. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder im nächsten Video oder Stream. Bis dahin, macht's gut.